Hi, in dieser kurzen Session schauen wir uns an, welche grundsätzlichen Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit es überhaupt möglich ist, eine gute Mischung zu machen. Welche Voraussetzungen müssen für eine gute Mischung gegeben sein? Der beste Mixing Engineer wird nur einen mittelmäßigen Mix erstellen, wenn gewisse Grundvoraussetzungen nicht stimmen. Folgende Voraussetzungen sollten auf jeden Fall gegeben sein. Erstens, die Komposition und das Arrangement müssen stimmen. Wie wir bereits gesehen haben, hat das Arrangement großen Einfluss auf die Transparenz, auf die klangliche Ausgewogenheit und auf die räumliche Höhe einer Mischung. Indirekt wirkt sie sich auch auf den Druck aus. Zweitens, die Aufnahme muss gut gemacht sein. Das heißt, das Material muss von den Musikern gut eingespielt sein und vom Recording Engineer gut aufgenommen sein. Das bedeutet, das richtige Instrument im richtigen Raum vor dem richtigen Mikrofon und so weiter. Typische technische Fehler, die beim Recording schiefgehen können, sind zu starke oder pumpende Kompressionen, falsche Equalizer-Einstellungen, Über- oder Untersteuerungen und so weiter. Am besten sollten beim Recording wirklich nur technische Bearbeitungen gemacht werden und auch nur dann, wenn man sich sicher ist. Drittens, die Raumakustik in der Regie muss stimmen. Wenn eine Frequenz am Abhörplatz überbetont oder zu schwach ist, wird man den Fehler immer komplementär in der Mischung finden. Viertens, die Abhöre muss gut sein oder viel wichtiger, der Mixing-Ingenieur muss sie kennen. Lieber eine schlechtere Abhöre, die man kennt, als eine angeblich superlineare, die man nicht einschätzen kann. Im Zweifelsfall kann man als Mixing-Ingenieur auch seine eigene Abhöre in das Studio mitnehmen. Wenn man für ein bestimmtes Medium produziert, zum Beispiel für eine Multimedia-Installation, eine Telefonwarteschleife oder ähnliches, ist es natürlich optimal, wenn man genau die Lautsprecher vor Ort hat, auf denen die Mischung später wiedergegeben werden soll. Normale Musikmischungen müssen leider auf allen Lautsprechern gut klingen. Fünftens, man muss die Technik im Studio beherrschen. Mischen ist mühsam genug. Wenn es auch noch ständig technische Probleme gibt, verliert man schnell die Nerven. Darum sollte man auf jeden Fall die Technik vor Ort beherrschen und einen Assistenten haben, der im Bedarfsfall zur Seite stehen kann. Ein allgemeines Problem beim Mischen ist, dass man im Grunde genommen immer beide Gehirnhälften gleichzeitig benutzen soll. Mit dem rationalen Teil des Gehirns soll man ständig hochkomplexe Software und Hardware bedienen, während man mit der anderen Gehirnhälfte kreativ arbeiten soll, Ideen entwickeln soll, spielen und experimentieren soll. Um den kreativen Spieldrang nicht zu hemmen, sollte man die Technik im Schlaf beherrschen. Oft ist es auch gut, wenn man zu zweit mischt. Man hat einen Produzenten, der einfach nur sagt, was er will und seiner Kreativität freien Lauf lässt und sich nur auf das Hören konzentriert. Und einen Engineer, der sich in erster Linie um die Umsetzung der Produzentenwünsche kümmert. In der Praxis ist der Produzent aber meist nicht ständig beim Mischen dabei. Drum muss der Mixing Engineer doch wieder alles alleine machen. Wie man das Blatt auch dreht und wendet. Der Mixing Engineer sollte die Technik im Schlaf beherrschen. Man braucht nicht tausend Geräte, tausend Plugins und so weiter. Die besten Mixes sind mit ganz einfachen Mitteln entstanden. Anfangs mit einem 4-Spur-Recorder, später mit einer 24-Spur-Bandmaschine. Heute hat man so viele Möglichkeiten in seiner Audio-Software und es ist auch gut, dass man so viele Möglichkeiten hat. Man sollte sich aber darin nicht verlaufen. Man sollte immer im Hinterkopf behalten, dass früher einmal 24 Spuren ausgereicht haben und dass man irgendwann Spuren einfach zusammengebounced hat und sich nicht bis zum Schluss alle Möglichkeiten offen gehalten hat. Man hat auch einfach einmal eine Entscheidung getroffen. Auch ist es schön, dass wir heute diverseste abgefahrene Plugins haben. Trotzdem, die wichtigsten Werkzeuge in einem Mix sind nach wie vor der Lautstärkenregler, der Panoramaregler, der Kompressor, der Equalizer, das Delay, das Hallgerät und die Modulationseffekte. Okay, das war's auch schon wieder für diese Session. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.